Oh! Ja, komm, 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 komm! Warte, warte, warte! Zusammen! Zusammen! Ja, Papo! Yeehoo! Ey! Oh, Baby! Okay, Papo, jetzt zusammen. Wir versuchen das, okay? Okay, ich bin so bereit. Okay, 3, 2, 1! Let's go! Okay, nochmal. Warte, ich zäh runter, okay? 3, 1, 2... Let's go! Ja, Warte, komm, passt, passt, ey, wow! Alter, geil, das kann so ins Auto kommen. Moin, Meister, let's go! Wir ziehen uns heute gemeinsam die TikToks rein, wuhu! Das wird extrem geil und mit dabei ist heute der liebe Papo. Ihr habt mir auf Twitter euren letzten direkt TikTok-Content zugeschickt. Wir reagieren jetzt auf die TikToks meiner Community, Papo. Bist du bereit dafür? Let's go! Ey, mein Körper ist so bereit, Redi! Oh, Baby, jetzt kommt Knossi! Okay, auf geht's. Sau, ey. Ach du Scheiße. Digga, sowas erstellt meine Community. Das hab ich sogar schon geliked! Das bist du am Wochenende, oder? Das hat jemand aus der Community gemacht! Och nee, och nee, Digga, oh... Der geht noch ins Gym pumpen. Ja, ja, ja. When the Imposter is... The Baby? Let's go! Was ist los mit den Leuten? Hat der gerade Let's go gesagt? Oh, warte! Das ist so scheiße, Alter, das wird richtig nice. Let's go! Engel können fliegen. Ja? Sagt sie und sprang. Okay. Ähm, das ist ne Bade... Ähm... Hä? Engel können fliegen. Wie... Also erstmal ist ja alles falsch geschrieben. Ja. Also wirklich alles. Und dann springt sie einfach in ne Badewanne. Scheiße, Alter, wie schlimm. Okay. Das ist zwar so ein Schroo. MANN, bist du zu dumm, um das zu verstehen? Fünf plus fünf sind zehn! Ein! 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 Mann, wie kann man so dumm sein! Digga, ja... Immer, immer, immer... Oh nein. Oh, guck mal, probier das mal Gamer. Wow. Hm. Er ist ne Legende, Alter. Die Scheiße wasen wasen! Aufgehalten? Was? Respektvoll! Sheesh! Ich feier ihn, ich feier ihn so sehr, Mann. Ich feier ihn mehr als Philo, ganz ehrlich. Ich will mit Philo's Dad zusammen sein. Philo ist... Ähm... ... Ja. Es handelt sich um diese kleinen Dinger. Das sind Fingerhandruhe. Ganz viele von... Das sind Kondome. Was sagst du denn jetzt, dass die für die Finger sind? Und so klein sind die gar nicht. Es handelt sich um die... Sehr entspannt, ja. Der arme Bro. Ähm... Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich... Fünf Zentimeter sind ja schon nicht wenig, ne? Nee, also mir reicht das auch. Also... Ich kann danach immer... Ich kann danach immer gar nicht mehr richtig sitzen. Ja, ich... Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Wie sieht man? Ich bin Trigglocki. Was ist denn? Was ist denn? Ich bin fine. Ja, das ist gut. Ich bin gut. Was ist denn? Wie geht's? Ich bin gut. Ich bin gut. Kannst du diese Lierer's kurz kurz? Okay. Back home... ... wieder. Ich kann nicht warten. Ich kann nicht warten. Aber wieder zurück. Ich bin wieder zurück. Ich weiß nicht, ob ich das habe. Was? Schau mal an. Bei Frodo Baggins? Digga, what the f... Der Typ ist ja konnte der... Was ist das? Alter, was ist das bitte? Das ist ja übel. Was ist... Was war das bitte? Das ist ja der übelste Albtraum gewesen. Meine Community ist ja so im... Digga, guck mal. Ganz am Ende. Hören wir ganz am Ende dieser Among Us-Sound. Ich weiß nicht, warum finde ich sowas lustig. Was stimmt mit mir nicht, Digga? Wow, look at that man over there. What is he doing? Oh nein, na... Bro... Oh nein... Oh nein... Oh nee... Das hat er ja gemacht. Man... Oh, das ist meine Lieblingsmusik. Das wird ein safe, ein richtig gutes TikTok. Buckle up, my man. Buckle up. Oh nein... Oh... Oh... Ich würde gerne jetzt... Würde ich schon spielen können. Kannst du's? No... Oh, du feierst meinen Style. Oh, bin ich schon wieder der. das wäre du bist cool ich hab blut in stuhl ich frage mich jedes mal warum viele so gut twerken kann aber gut gemacht aber ich verstehe was das hier in der liste soll toby lass sowas alter ich zeige dir einen magischen Trick, ich kann es niemandem zeigen, klar? ich werde meine Finger schnappen und du wirst vergessen, dass du nie gankt bist aber das war nie ja, Pride Mund, Happy Pride Mund ja, aber der ist smart oh, das ist hell du hörst den Schmerz halt richtig raus ach du scheiße oh, das ist so geil, ich liebe das ja, ist nicht richtig gut wir können mal ganz kurz auf meine For You Page mal gucken ich hab zur Angst gebanzen werden, aber ja, okay, nice da fängt schon an, ne? alter, fußrote Haar oder was? ja junge okay du bist im Gefängnis und dir wird gesagt, dass du nächste Woche hingerichtet wirst du fragst dein Zellenwart wann werde ich genau hingerichtet? bitte, ich muss es wissen er antwortet nur, dass es eine zufällige Hinrichtung wird du wirst an einem der Wochentage zufällig hingerichtet, da du dich nicht vorbereiten sollst du beginnst zu überlegen am Freitag kann ich nicht hingerichtet werden denn dann wäre es keine Überraschung und ich wüsste bereits am Donnerstag dass ich am Freitag mit Sicherheit hingerichtet werde also bleiben nur Montag bis Donnerstag übrig aber Donnerstag kann es auch nicht sein da es auch dort eine Überraschung wäre denn du wüsstest bereits Mittwoch, dass es Donnerstag passiert weil es Freitag nicht passieren kann diese logische Schlussfolgerung machst du nun bis du nur noch am Montag hingerichtet werden kannst aber dann wäre es auch keine Überraschung du zerbrichst dir die Tage den Kopf über das Thema dieses Paradox heißt das Henkers Paradox und es hat eine Antwort du wirst genauer Mittwochabend hingerichtet und du warst überrascht was jedoch keine Überraschung ist dass ich jeden Montag, Mittwoch und Samstag ab 18.30 Uhr live auf der Twitch bin Junge, WTF stark, 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 stark Der war echt nicht schlecht WTF, Digga Junge, der Nanolive Boss immer noch sehr sass diese Symbole da drin in meinen Augen das hätte man anders machen können sag ich mal vor euch ja nämlich auf YouTube King Kong, den Don genannt da wäre ich immer auf der Straße angesprochen worden mit King Kong da hätte ich mich ehrlich gesagt mehr gesehen als wie ein scheiß Joghurt wie Monte wie Monte Digga, jedes Mal wärst du wie ein scheiß Joghurt angesprochen der ist schon wieder Alter der ist stark der ist stark der ist ein starker Typ man kann doch kein Telefonbuch zerreißen oder? doch kann man nicht kann man nicht geht nicht ja guck mal der schafft es nicht ist unmöglich ist unmöglich so ist unmöglich das schafft er nicht ist unmöglich also wenn du den Riss drin hat dann geht es durch oder? dann ist es nicht mehr ganz so schwer aber was? ich glaub das würden wir trotzdem nicht schaffen Digga, der Bro zerreißt dir grad ein Telefonbuch ich hab ein bisschen Angst Junge ja dankeschön für eure wunderschönen Zündung das war absolut der Scheißhaufen Grüßgeld raus liebe Grüße, danke, tschau doch noch so noch auf es